Die Olympischen Spiele in Rio werden meine fünfte Olympiade sein. Klar ist immer ein großes Ziel, da nochmal gut zu spielen. Mir fehlt ja auch noch die Einzelmedaille. Es ist weiterhin möglich, glaube ich, wenn ich gesund bleibe, mich gut vorbereite. Private Ziele, mich weiter in der Weltrankliste zu etablieren, irgendwann einen Vorschloss unter den Top 20, Top 15 zu schaffen in der Weltrankliste und in den nächsten Jahren vielleicht EM-Medaille im Einzel- oder Europameister im Einzel- ist schon ein schönes oder wäre ein großes Ziel von mir. Ich mache mein Bestes und hoffe, ich kann so viel spielen. Meine persönliche Zielgruppe für die kommende Saison sind eher die Top 30 in der Weltrankliste. Ich war ein Jahr vorhin, bevor ich verletzt wurde. Ich war 32 Jahre alt, aber ich konnte nicht die Top 30 Mark machen, also möchte ich die Top 30 Mark machen. Mich als Trainer weiterzuentwickeln, aber sonst läuft eigentlich alles gut. Ich hoffe, dass jeder in meinem Umfeld gesund bleibt und dann kann das neue Jahr kommen. disciplineshighflächfleisch checken